Guten Morgen, heute geht es um das Thema ist vegan eine Mangelernährung und zwar habe ich mich heute eine Fachkraft eingeladen und du hast eine eigene Apotheke besessen, du hast Pharmazie studiert, du weißt zumindest wenn es um Mangelernährung geht schon ein wenig. Und auch was die Nährstoffe angeht, kann man ja auch heutzutage alles in der Apotheke kaufen, von Nährstoff Supplementen bis über selber sein Zeug zusammenbasteln, ist alles möglich. Nährstoffe, was sind große Mangel Nährstoffe in der veganen Ernährung, gibt es das tatsächlich? Was ist so deine Erfahrung, was würdest du zu dem Thema sagen, vegan, mangelernährung? Das ist nämlich der Punkt, das ist die Frage, wurde mir ja auch unterstellt. Also als ich vegan geworden bin, war ja auch mein Hausarzt, der dann gemeint hat, ja und wie willst du deine Nährstoffe decken oder wie wollen sie ihre Nährstoffe decken? Und hat er allgemein davon gesprochen oder hat er ganz spezielle Nährstoffe rausgegeben und gesagt, willst du dein Mangan Level halten oder was auch immer? Also ganz spontan hat er das Vitamin B12 angesprochen. Ja gut, das ist der Standard, wobei da kann ich schon mal vorgreifen, das ist nicht nur ein Problem der Veganer, im Gegenteil, die Veganer wissen das teilweise mit dem Vitamin B12 und supplementieren dann entsprechend. Also auch viele Mischköstler haben tatsächlich einen Vitamin B12. Das ist ja gerade das Parfide, dass die Veganer oder die sich pflanzlich ernährenden Menschen, auch Vegetarier, sich eher Gedanken machen um die Nährstoffe als die Menschen, die Fleisch essen und denken, ja mit Fleisch ist alles gut. Und dabei sind natürlich genauso Nährstoffmangel Ernährungen oder Mängel bei Menschen zu diagnostizieren, die sich am Niveau ernähren. Bloß da ist es in unserer Gesellschaft gar nicht so en vogue, sage ich mal, darüber nachzudenken, ob die vielleicht einen Mangel haben. Und genau das ist nämlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Es wird ja angesprochen, was sind die veganen Mangelernährungen, was sind da die Nährstoffe, die fehlen, wird in erster Linie Protein rausgegriffen. Das ist so der Standard, der Klassiker. Dann das Calcium, das Vitamin D3, wobei das hat in dem Sinne wenig mit Ernährung zu tun, sondern das erhalten wir durch die Sonneneinstrahlung. Das ist auch generell eher ein allgemeines Problem. Das Eisen, das Selen, das Jod. Zink wird manchmal auch gedacht. Zink teilweise auch. Selbst Vitamin C, also was ich nicht wirklich verstehen kann. Tatsächlich als mangelernährte Vitamin C. Macht keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn. Es macht ja wirklich Null Sinn. Also bei anderen Sachen könnte man sagen, okay, man muss halt schon mal schauen, wo jetzt Eisen drin ist oder wo Selen drin ist, aber Vitamin C ist ja nun wirklich. Ja, das ist so omnipräsent. Ja, aber das sind so die Vorurteile auch teilweise. Dann räumen wir einfach mal ganz kurz ein bisschen auf. Einige von euch wissen das sicherlich schon, aber es gibt ja jeden Tag 5-10 Leute, wenn ihr meinen Kanal neu abonniert habt, was Nährstoffe angeht. Geh mal die Sachen, die du gesagt hast einfach mal durch. Ja, Eisen. Wie trägst du meinen Eisenbedarf? Wie trägst du deinen Eisenbedarf? Im Moment zum Beispiel durch Spinnat. Ja. Ganz klassisch. Also Spinnat ist natürlich so ein Phänomen. den jeder kennt Popeye, wurde ja immer behauptet, enthält 30 Milligramm Eisen pro 100 Gramm. Wurde natürlich festgestellt, falsche Kommastelle, es enthält nur 3,5 Milligramm. Aber letzten Endes 3,5 Milligramm pro 100 Gramm ist ein Drittel des Tagesbedarfs. Und da werden aber Leute kommen und sagen, hey wie ist das mit der Bioverfügbarkeit? Der ist ja tatsächlich beim Spinnat jetzt nicht so hoch. Als Beispiel. Als Beispiel. Und dann muss man natürlich ein Recht geben und sagen, ja es ist korrekt. Ja. Aber das ist trotzdem, widerspricht ja nicht der Tatsache, dass Spinat Eisen enthält. Und dass man es durchaus auch aufnehmen kann. Und das ist halt dann immer so. Aber derjenige fühlt sich dann und das ist genau dasselbe wie bei vielen Studien. Man sucht sich eine Sache raus, die dann halt das in einem negativen Licht darstellen ist. Und dann sagt man, ja doch ich habe recht. Weil man gibt da natürlich zu. Klar. Ist nicht so Bioverfügbar. Definitiv nicht. Aber die Problematik ist und das ist bei vielen Dingen so. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Angst habe, dass es zu sehr ein Exkurs wird. Dass wenn etwas sehr gut Bioverfügbar ist. Und sehr gut von unserem Körper aufgenommen werden kann. Und wir schnell dadurch reifen oder so weiter. Dann ist das ähnlich wie bei Obelix. Ein Zaubertrank. Der hat super Kräfte und super Sachen. Aber es ist nicht immer das Optimum. Beim Eisen ist es so. Das Helmeisen, was wir sozusagen als tierische Nahrung. Das tut dieses körpereigene Kondensat. Also ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Wo es darum geht. Dass dieses Helmeisen unseren Körper, unsere körpereigenen Regulationsmechanismen. nachhaltig, negativ beeinflusst. Sodass wir eigentlich nur negative Sachen dafür haben. Dass wir das Eisen schnell in uns aufnehmen. Und das wird gar nicht in dem Punkt dann irgendwie wahrgenommen. Genau. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir auch bei Omega 3 Fettsäuren. Es ist viel sinnvoller, dass wir die Omega 3 Fettsäuren selber bilden. Auch wenn das langsamer dauert. Und wenn das halt kein DPA und EPA und sonst was ist. Was halt nicht so schnell in unserem Körper anfließt. Aber dafür ist das für uns. Also unser Körper, unser Stoffwechsel tut das für uns perfekt bereiten. Und wenn wir das aber schon für was für einen anderen Körper bereitet würde. Für einen Fisch. Wenn wir das einfach so aufnehmen. Dann können wir das schneller verarbeiten. Da entstehen aber dadurch viele Nebenprodukte oder Stoffwechselprodukte die uns eben schädigen. Genau so ist es. Die Metaboliten. Das überfordert dann die Leber. Das überfordert die Nieren. Es flutet schneller an. Alles gut. Es wird gut verarbeitet. Es wird gut aufgenommen. Aber es sind halt viele negative Aspekte. Und man ist ja in der heutigen Zeit immer noch dazu. Man misst den einzelnen Nährstoff. Oh Nährstoff ist viel. Oh ist gut. Ja genau. Das ist halt das Problem. Deswegen ja. Spinat ist nicht die beste Eisenquelle. Was die Bioverfügbarkeit angeht. Es ist aber eine gute regionale Eisenquelle. Ist mir jetzt nur so spontan eingefallen. Weil wir es im Garten haben. Petersilie. Später dann die Hülsenfrüchte. Zum Beispiel Erbsen. Sehr gute Eisenquelle. Sehr viele Wildkräuter. Und Kombi mit Vitamin C. Der Klassiker. Um die Bioverfügbarkeit zu steigern. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube das ist ganz wichtig. Eisenvideos. Ich weiß nicht ob das alles verlinkert. Die meisten. Gib mal einfach ein. Waspio und Eisen. Oder auch du hast ja auch einen Kanal. Hast du da schon so Nährstoffvideos auf deinem Kanal? Also so zu den speziellen Nährstoffen noch nicht. Ich gehe auf die einzelnen Pflanzen ein. Zum Beispiel einige Wildkräuter. Die jetzt gerade Saison haben. Auch einiges was wir im Garten kultivieren. Und da erläutere ich dann im Prinzip die wertvollen Inhaltsstoffe. Fast ein bisschen ganzheitlicher. Also auf jeden Fall. Genau. Also ich erkläre wie baut man das selber an. Also man kann auch wunderbar Spinnat anbauen ohne eigenen Garten. Oder Postelein. Felsalat. Was jetzt gerade so saisonal verfügbar ist. Die ganzen Wildkräuter. Löwenzahn. Giersch. Gerade Giersch. Das wächst bei uns im Garten massenhaft. Vogelmiere. Unkraut. Beikraut. Da bin ich auch noch gerade dabei. Meine Mutti sagt jetzt auch schon öfter Beikraut. Hat auch früher Unkraut gesagt. Mutti sag doch bitte nicht Unkraut. Das ist ein geniales Beikraut. Beziehungsweise Wildkraut. Und Vogelmiere, Giersch. Die landen jetzt regelmäßig bei ihr im grünen Smoothie. Also Mutti falls du das Video schaust. Liebe Grüße. Sehr schön. Und jetzt die Eisenquelle weiterhin. Man kann ja auch. Also wie es die Samen angeht. Also das heißt Mohnsamen. Kürbiskerne. Dann Sesamsamen. Also alle die Sachen. Sesam ist eine geniale Calciumquelle übrigens. Ja. Wobei dann. Also Sesam ja auch. Aber die beste. Also von der höchsten Konzentrationen der Calciumquelle ist der Mohn. Oder Lithotammium dann. Was ist das? Das ist die Calciumalke. Ah ok. Ja gut. Die enthält 30 Gramm. Gehen wir zu Aldi und holen eine Lithotammium. Muss ja auch praktisch relevant sein für die meisten. Es ist relevant. Insofern weil die. Wenn da steht meinetwegen Soja trink plus Calcium. Ah ok. Das ist die Calciumquelle. Ah ok. Einfach mal gucken. Lithotammiumalke. Ah ok. Das ist zugesetztes Calcium. Da haben wir ja gerade den nächsten Problem Nährstoff Calcium. Allerdings da auch wieder. Das haben wir dir gemacht. Bei Calcium natürlich so dass man lieber zu wenig aufnimmt als zu viel. Weil umso mehr Calcium aufnimmt umso höher ist die Gefahr für Gefäßverkalkung. um Calzifizierung. Also wenn ihr mal trackt bei Chronometer zum Beispiel. Also 525 Milligramm Calcium pro Tag. Und ihr seid gut dabei. Darunter wird es echt kritisch. 1000 Milligramm ist ja das was gesagt wird. Aber ab 1300 Milligramm täglich zu viel. Viel höhere Gefahr von Calzifizierung. Höhere Sterblichkeit. Mortalität ist um fast ein Drittel erhöht wenn ihr zu viel Calcium nehmt. Und das ist halt bei Calcium Vorsicht nicht zu viel nehmen. Und auf keinen Fall supplementieren sondern einfach nur in der Nahrung zu sich nehmen. Und das sind Dinge damit beschäftigen sich die Leute die sich mit pflanzliche Ernährung beschäftigen. Die schauen genau. Die schauen auch da werden Studien gelesen oder Videos geschaut wo Studien erwähnt werden. Die man dann liest oder wenn man der Person vertraut. Das ist allerdings immer so ein Ding. Weil ich habe schon dieselbe Studie Beispiel pflanzliche Ernährung gesehen. Als Referenz dafür dass man sich pflanzlich ernähren sollte. Und zeitgleich als Referenz dass pflanzliche Ernährung schlecht ist. Weil es gibt ja immer in jeder Studie so ein paar Punkte die man sich selektiv rausgreifen kann. Also da Vorsicht. Am besten Studien selber lesen. Oder wirklich jemanden den man wirklich vertraut. Und dann aber trotzdem versucht immer kritisch zu bleiben. Klinische Studien ist auch so ein schöner Punkt. Da habe ich auf meiner Homepage auch mal einen Artikel publiziert. Weil das ist auch so. Die Klinischen sind trauen nur der Studien die du selber gefakt hast. Weil du hast klinische Studien die sind an Tierversuchen getestet worden. Was haben die für eine Relevanz oder in vitro Kulturen. Ja. Ja. Das wird dann halt. Ich meine sie können also wo man auch sagen muss. Studien können durchaus einen Ansatz liefern. Und das steht ja eigentlich in den Studien meistens auch drin. Es muss weiter geforscht werden und so weiter. Und deswegen. Ich bin eigentlich der Meinung dass es sehr sehr wenige Studien gibt die schlecht sind. Ich finde das unterscheiden wir uns vielleicht. Ja. Die meisten Studien sind richtig gut. Weil die Forscher an sich auch so einen gewissen Arbeitsethos haben. Und auch so eine Guideline nach wie sie arbeiten. Und selbst wenn Studien teilweise durch Milchindustrie finanziert sind. So sind die Studien an sich eigentlich gut. Bloß die Interpretation. Das ist das große Ding. Die Studien an sich. Weil eben die Wissenschaft so gewisse Anleitungen oder Sachen haben die wichtig sind. Und so ein Step by Step. Und dass das selten manipuliert wird. Und das ist bei meisten nur. Ja. Es sind unterschiedliche meine. Ist mir klar. Ich wollte es bloß also meine Meinung sagen. Die Studien an sich die ich lese. Und was ich sehe. Die sind eigentlich gut. Und ich lese manchmal auch Studien. Wo Leute sagen zum Beispiel. Es ist gesund oder so weiter. Und dann schauen wir die Studien an. Und dann sehe ich in den Studien. Hey. Da steht was ganz anderes. Da steht ein positiver Effekt. Meistens ein paar negativen Effekten. Der positive Effekt wird rausgenommen. Und dann steht aber unten. Das muss weiter geforscht werden. Bei XYZ. Und da wäre ein Beispiel. Es ist an Tieren getestet worden. Oder in vitro getestet worden. Und so weiter. Und dann müsste man halt schauen. Und deswegen animiere ich dazu. Studien nicht zu verteufeln per se. Sondern Studien zu lesen. Und dann sein Urteil darüber zu machen. Es ist halt immer entscheidend. Wer die Studien finanziert. Das ist ein wichtiger Punkt. Das auf jeden Fall. Weil die Fragestellung ja schon entsprechend. Ja. Und teilweise werden dann auch die Teilnehmer entsprechend rausgesucht. Das findet so eine Verzerrung. Klar. Es gibt sehr gute Studien. Wo die Bias nicht so ausgeprägt ist. Vor allen Dingen so nach dem Goldstandard. Also das finde ich auch sehr wichtig. Also Placebo kontrolliert. Doppelblind randomisiert. Das ist so in der Pharmazie. Und dann vor allem auch noch von anderen Wissenschaftlern gegengelesen. Mit einer entsprechend hohen Probandenzahl. Das ist klar. Das sind so die wichtigsten. Aber das Problem bei den Studien innerhalb der Ernährung ist halt. Dass du halt keine verlässlichen Studien in der Ernährung durchführen kannst eigentlich. Definitiv. Das ist das Problem. Das Problem hast du in der Pharmazie in dem Sinn nicht. Wenn jetzt neue Arzneimittel getestet werden. Dann müssen ja auch Zulassungsstudien durchgeführt werden. Da hast du ja verschiedene Phasen sag ich mal. Von Phase 1 bis Phase 3. Und je nachdem wird dann jeweils sukzessive die Probandenzahl erhöht. Weil das dann auch wirklich kontrolliert beobachtet wird. Und das hast du einfach in der Ernährung nicht. Weil du kannst dann nicht die Leute eliminieren und sagen. Ihr müsst euch jetzt so ernähren. Und ihr ernährt euch jetzt so. Menschenversuche. Nicht erlaubt. Das wollen wir auch gar nicht propagieren. Ja ja. Wobei ich das gar nicht so negativ fände. Wenn man gegen einen entsprechenden Betrag. Und deswegen. Man bekommt halt. Auch in den Arzneimittelschulen wird ja ordentlich gegeben an. Ja. Dass man dann sagt. Okay. Du ernährst dich jetzt so und so. Und dafür bekommst du halt 5000 Euro im Monat. Und dafür wirst du ein Jahr. Dich einfach mal. Ja. Unter so eine Glocke begeben. Ich meine. Es gibt ja unter so. Zum Beispiel Astronauten. Die werden ja häufig über Monate lang verfolgt. Und viele Studien referieren ja auch auf solche Astronauten. Die werden ihre Blutbild wird immer analysiert und so weiter. Und da hat man ja auch schon einiges daraus. Kann man daraus gewinnen. Bloß das ist natürlich nicht der Standard. Dass man sich nur von Tuben und sonst was ernährt. Und. Sondern. Es ist nicht so einfach. Muss man halt dazu sagen. So. Jetzt haben wir einen roten Faden. Aber doch. Wir haben eigentlich einen guten roten Faden. Weil du hast das Thema Blutbild angesprochen. Blutbild. Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Eine vegane Mangelernährung. Da kann ich auch noch persönlich was darüber berichten. Und zwar hatte ich ja anfangs so angesprochen. Mein Hausarzt. Ja. Fing ja an vegan mangelernährt. Und. Ja. Ich bin ja nun eh relativ dünn. Sag ich mal. Oder vielleicht dünner als der Durchschnitt. Haben wir übrigens ein Video dazu gemacht. Genau. Ist es schon gekommen oder kommt noch? Genau. Ganz interessant. Ja. Thema Essstörungen. Mangelernährung. Und da hatte ich mich so ein dreiviertel Jahr lang vegan schon ernährt. Und da war er der Meinung wir sollten ja mal ein Blutbild machen. Weil er war der Überzeugung ich leite ja unter einer Essstörung. Weil ich mich vegan ernähre ist ja nur ein Vorwand für meine Essstörung. Und er ist davon ausgegangen ich müsste ja dann mangelernährt sein. Das Blutbild haben wir gemacht. Und? Ja. Ich habe da auch ein Video auf meinem Kanal. Also das muss ich noch fertig schneiden. Okay. Und da habe ich auch einen sehr interessanten Vergleich. Blutbild aus meiner Mischköstler Zeit. Wo ich sag ich mal flexitarisch gelebt habe. Ich war jetzt nicht so der große Fleischesser. Aber doch omnivorm ich ernährt habe. Und ein Vergleich zu dem Blutbild was ich als Veganer habe. Es sind sehr interessante Ergebnisse rausgekommen. Gibt es? Aber jetzt kannst du ja mal schon so einen kleinen Teaser geben. Vegan. Ja zum Beispiel vegane Mangelernährung auf die Blutglucose bezogen. Also auf den Blutzuckerspiegel. Ja. Ja definitiv war es so als ich mich omnivor ernährt war. Der war bei 5,6. Das ist schon im oberen Bereich. Ja. Und jetzt lag er bei 4,4. Und das trotz Obst. Oh mein Gott. Und ich esse sehr gerne Obst. Vor allen Dingen gerade im Sommer so unsere Erdbeeren, Himbeeren. Das ist ein Traum. Das ist so ein Thema wo es wirklich in unseren Köpfen so ist. Gerade. Keine Angst vor Kohlenhydraten. Diabetes. Du musst auf Obst verzichten. Und es gibt so viele Studien wo genau das postuliert wird. Nicht postuliert. Wo genau das Gegenteil quasi erforscht wird. Dass sie nicht genau wissen warum. Es werden die sekundären Pflanzenstoffe oft mit in Verbindung gebracht. Ja da ist es zum Beispiel folgendes. Also nehmen wir mal einen Apfel als klassisches Beispiel. Enthält Fruchtzucker. Ja und so ist es bei vielen Obstsorten. Der enthält aber auch Pektin. Und Pektin ist ein Ballaststoff. Der bildet im Darm ein Gel. Was dafür sorgt, dass der Zucker langsam ins Blut freigesetzt wird. Ergo keine Blutzuckerspitzen. Sondern ein relativ konstanter Anstieg. Und je länger der Blutzucker konstant ist. Umso mehr sind wir gesättigt. Und umso besser ist das für unsere Insulinversorgung. Und unsere Bauchspeicheldrüse wird nicht überstrabelt sein. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Man nimmt singulär einen Nährstoff. Genau. Sagt, dieser Nährstoff ist enthalten. Tut ihn fernab. In-Vitro-Fleisch testen. Und dann sieht man, das ist halt immer so bizarr. Ja und das ist auch wieder so ein Punkt. Ja. Das war das eine Beispiel. Und ansonsten hat er noch festgestellt. Oh, ihre Triglyceride. Die sind aber rapide zurückgegangen. Ja. Mein Gesamtcholesterin war auch immer Obergrenze und jetzt top wert. Da fingert dann auch an. Ja, also es ist komisch. Ihr Cholesterinwert ist recht niedrig. Ja. Da habe ich gesagt, das ist doch gut. Ja, ja. Das ist doch prima. Genau. Also was gibt es da dran auszusetzen? Ja. Cholesterin ist ja wichtig. Wird auch von unserem. Ja. Für uns selber produziert. Wir können das selber herstellen. Für die Zellstabilität ist das ganz wichtig. Ja, klar. Ganz großer Wichtigkeit. Genau. Ausgangsstoff. Ja, aber wenn wir einfach, also unser Körper macht das. Wir haben ein System, das sich selber alles holt, was es braucht. Und wenn wir das von außen, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass von außen nehmen, was schon mal für ein anderes Lebewesen für sich produziert wurde. Und ja, das Cholesterin von einem anderen Lebewesen, das führt halt eben bei uns zu negativen. Also das hat einen negativen Charakter. Und entsprechend, ja man hat so herausgefunden, dass wer einen Cholesterinspiegel unter 150 hat, es gibt ja da zwei verschiedene Werte, das ist der ältere Wert mit diesen hunderten und dann gibt es ja noch einen neueren Wert, aber ich kann es nur davon berichten. Gutes Buch dazu, Essen gegen Herzinfarkt. Wer unter 150 hat, da sind quasi so gut wie keine Probleme, was Herz-Kreislauf-Erkämmerung angeht, zu erwarten. Und das ist halt, ja, ein Wahnsinn. Gerade in unserer Welt, wo das die Todesursache Nummer 1 ist. Ja, absolut. Aber das ist ja trotzdem immer noch so, für mich so unfassbar, wie viele Menschen an der tierischen Ernährung so festhalten und wie sie sich teilweise eigentlich schon das auch wissen, weil man es schon oft gehört hat und sich dann auch angegriffen fühlen, wenn man dann, ich ernähre mich jetzt so pflanzlich und so weiter. Ja, ja, aber, 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 du hast gar nichts gesagt, das ist ja nicht plötzlich. Ja. Und das ist halt das schlechte Gewissen und man weiß es eigentlich besser und dann wird so viel Negatives und Hass und so viel auf den anderen projiziert, was man eigentlich auf sich selber projizieren müsste, was man aber dann nicht macht. Ach, das ist immer wieder bei der Spiegelung und so weiter. Ja, und genau das ist der Punkt, ne. Ich merke das auch in meinem sozialen Umfeld, also ich wohne in einem kleinen 200-Seelen-Dorf, ne, in Thüringen, die Thüringer Rostbratwurst ist sicherlich den meisten begriffen. Das ist so der Klassiker. Ja. Ja, da kannst du dir vorstellen, ne, teilweise, ich sag schon gar nicht mehr vegan, also das ist ja schon so. Ich meine, pflanzlich. Ich sag pflanzenbasiert, ne, basisch oder pflanzenbasiert. Basisch ist auch immer so ein guter Punkt, da stutzen die Leute dann auch erstmal, ich ernähre mich einfach pflanzenbasiert und durch den Garten, ja, wir waren ja da sowieso Exoten, ne, also mein Opa, der dann schon relativ früh anfing zu gärtnern, unser Garten besteht seit über 60 Jahren, ja, wir waren dann immer so ein bisschen die Exotenfamilie, die bauen ja eigenes Zeug selber an, die essen ja nur Obst und Gemüse, im Supermarkt gibt's doch die Äpfel viel billiger, ne, die schön gewachsen, so soll aussehen, voll mit Pestiziden, ja, aber, und auf den Streuobstwiesen, ne, wir sind die Einzigen, die die Äpfel ernten bei uns. Kurzes Side-Fact, es gibt ja, also es gibt Gemüte und Obstsorten, die sehr stark Pestizid-belastet sind und die wenig und entsprechend sollte man bei verschiedenen Sachen sehr stark auf Bio-Qualität achten und bei manchen weniger, ich hab da auch schon mal ein Video dazu gemacht, der Apfel zählt leider zu den am stärksten belastendsten, neben z.B. Trauben und das sollte man besonders darauf achten. Das positive ist, also deshalb negativ, weil wir alle gerne Äpfel essen oder sehr viele Äpfel hier regional haben, das positive Essen bei Tomaten braucht keine Bio-Qualität, weil die sind am wenigsten belastet von allen. Und deswegen Tomaten könnt ihr so aus, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, so wie ich z.B., dann kann ich Tomaten guten Gewissens auch in nicht Bio-Qualität kaufen. Aber wenn man natürlich einen Garten hat, oder man kennt jemanden, der dann die Tomaten mitbringt. Oder sowas. Ja. Genau. Das sind sie schon so. Unsere Tomatenpflanzen. Gewächshaus. Ja. Boah. Cheater. Ich zieh die vor. Ja. Cheaten, cheaten. Bei mir wächst alles noch nicht im Gewächshaus und Tomatenpflanzen hab ich jetzt noch nicht mal rausgestellt. Also. Ja, also. Doch. Die Eisheiligen muss man da abwarten. Die warte ich auch noch ab, aber ich freue mich so meine Pflänzchen in meinen Anzuchttöpfchen. Ja. Und dann in so eine reife Tomate reinbeißen. Das ist so un... Ein Traum. Aber ich war gestern beim Metro. Wir... Wir waren gestern beim Metro und da gab's eine Tomate und da stand drauf 27 Euro das Kilo. So. Und da dachte ich, what the fuck? Und ich hab da natürlich mal so asozial wie ich manchmal bin einfach so reingegriffen und mir so eine Tomate geschnappt. 27 Euro ein Kilo Tomate. Was ist das? Die nannte sich irgendwie Honey Sun Melon Mega Burner oder sowas. Auf jeden Fall habe ich dann... Die haben sie in einem Kilopaket verkauft und ja für... Du denkst, ich hab da reingebissen. Also ich muss sagen, also die Tomaten im Garten, die schmecken ganz anders als die Tomaten beim Kaufen wunderbar. Aber auch die Tomate? Ohne Scheiß. Auch wenn die industriell gemacht ist. Also die war so zuckersüß, aber zeitgleich auch ein bisschen herzhaft. Und das war wirklich... Also ich weiß nicht was die mehr Tomate gemacht haben. Vielleicht auch gemanipuliert, aber... Oder Zucker. Oder Zucker reingespritzt. Keine Ahnung. Aber die war echt wirklich mega. Also wenn ihr die mal seht, irgendwie Honey Sun oder Honey Moon oder irgendwie sowas. Und wie gesagt 27 Euro das Kilo im Großhandel. Also offline... Äh nicht offline... Im Einzelhandel werdet ihr dann für 40 Euro wahrscheinlich das Kilo zahlen. Aber das ist ne... Also was mich ärgert, warum ich nicht so ein Scheißding mitgenommen habe und statt das zu fressen einfach mal die Samen rausgemacht hätte und dann angebaut hätte. Jaja... Jaja... Hättest ein Gärtner bei dir gehabt ne. Der hätte dir gesagt... Warte, warte, warte... Jaja... Aber ich hab's einfach... Vielleicht ist er noch irgendwie im Code und ich... Aber egal... Wie dem was sage ich auf jeden Fall... Guter Exkurs zu ändern. Ja... Also ähm... Blutzucker... Also Blutbild generell... Blutzucker ist sehr sehr interessant zu erfahren, dass halt trotz viel Obst, trotz viel Gemüse, vor allem halt Obst, Hochzucker, dass der Blutzuckerspiegel sinkt in einem gesunden Bereich. Und bei Cholesterin ist ja allgemein anerkannt, dass dann halt der Cholesterinspiegel auch sinkt. Positiv für eure Gesundheit. Absolut. Was könnten noch Mangel in Nährstoffe sein? Proteine. Wie entdeckst du deine Proteine? Über tierische Produkte natürlich und Proteinshakes. Ähm... Ne Quatsch. Spaß beiseite. Ja, Quatsch. Also meine Favoriten sind, ich greife wieder auf den Garten zurück, die Hülsenfrüchte. Definitiv. Ich liebe unsere Erbsen. Lassen sich auch wunderbar einfrosten. Bohnen ist jetzt nicht rohköstlich, aber ich liebe Bohnen. Das ist Mono-Mahlzeit. Könnte ich... Linsen sind sehr gut. Generell Proteine. Also Proteine... Diverse Wildkräuter, der Giersch zum Beispiel. Giersch, ne? Lästiges Unkraut. Wenn man das schon hört, das tut mir in der Seele weh. Also das sticht mein Herz. Ja. Sieben Prozent Protein. Das ist eine der besten pflanzlichen Proteinquellen. Selbst in Pilzen, in Champignons steckt auch Protein, ne? Ich kann euch doch mal sagen, wenn ihr 2,5 Kilo Möhren esst, was Möhren steht überhaupt nicht für Protein. Wenn 2,5 Kilo Möhren oder... 2,5 Kilo. Ja, 2,5 Kilo Möhren oder 250 Gramm Möhrenchips, wenn das Wasser quasi raus wird, das ist eine Tüte Möhrenchips, das deckt ja auch einen Proteinbedarf pro Tag. Und das sind Möhren. Das ist nicht mal Grünzeug, was oft mit Protein... Also Protein ist eigentlich so... Das ist überhaupt kein Thema. Die ganzen Nüsse. Also bei Proteinen musst du überhaupt nicht drauf achten. Du musst überhaupt nicht drauf achten. Müsse, Kerne, Saaten, Protein, perfekt. Ja. Also du kannst ja auch ganz einfach sagen wie Möhren, also wirklich einfache Sachen. Mandeln. Das ist einfach Wahnsinn. Super easy. Genau. Gut, dann gibt es manchmal jemanden... Ich habe es schon oft gehört, Vitamin E. Das ist eigentlich genauso. Ich sage einfach Vitamin E Mandeln. 40 Gramm Mandeln. 30 Gramm Mandeln reichen schon. Das ist eine kleine Handvoll Mandeln, Vitamin E gedeckt. Oder wer es gerne mag, Öl, Leinöl, hochwertiges... Okay, Öl halt. Das ist jetzt nicht meins. Ja, würde ich halt eben auch nicht mehr so groß empfehlen. Öle. Nussmousse vielleicht noch. Das dann schon eher. Also... Genau. Das auch. Kalzimmer durch Selen, 4, 5 Paralüsse. Allerdings achtet darauf, zumindest in der aktuellen Untersuchung, es geht immer noch dahin, dass die, die in Südamerika gewachsen sind, einen viel, viel höheren Nährstoffgehalt haben, die auf asiatischem Boden gewachsen sind. Das heißt, wenn ihr euren Selenbedarf durch Paralüsse decken wollt, aber wie gesagt, in jedem, in jeder gemütlichen Obst ist fast alles enthalten. Ich kenne wenige, wo irgendwas nicht enthalten ist. Eigentlich ist überall alles enthalten. Genau. Und wenn es in Spuren vorhanden ist. Ja, genau. Der Körper kann so, mit so wenig, so lange auskommen, wenn ihr dann ein Mangel entsteht, das dauert. Also von daher... Aber das ist nicht... Wie gesagt, wenn ihr Obst und Gemüse und Saaten und Gemüse zu euch nehmt, dann habt ihr eigentlich überhaupt kein Problem. Ihr habt ja... Sprossen. 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 Sprossen haben wir noch. Sprossen haben wir noch. Ja, da boostest du schon ganz schön wieder. Sprossen sind natürlich wahnsinnig energierreich. Ja, absolut. Aber das ist der Punkt, gerade bei Leuten, die vielleicht tatsächlich aus einer ungesünderen Ernährung kommen, sich gesünder ernähren möchten. Dann ist Sprossen auf jeden Fall was Gutes zum Einstieg. Die Saaten kriegt man Bio-Qualität. Es sind solche Ablagen... Man kann sogar Sprossen kaufen mittlerweile. Ja, eben. Ja, fertig würde ich sie nicht kaufen. Aber die Saaten kann man sich selber ziehen. Du musst immer sehen, wo steht ein Mensch. Ja. Also wenn ich überlege, wo ich vor 10 Jahren stande, dann wäre es gut gewesen, wenn ich wenigstens ein paar Sprossen gekauft hätte im Frosch. Ich hätte mich nicht hingestellt in die Küche und hätte mich Sprossen angezogen. Ne, das nicht. Aber es ist auf jeden Fall, wer dann mal später vielleicht gerne Gärtner werden möchte oder zum Selbstversorger tendiert. Sprossenzucht ist der perfekte Einstieg. Gartenkresse kann ich jedem empfehlen. Das war mein persönliches Einstiegs-Grünkraut von vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so. Ja, ganz schön scharf. Ich hatte meinen Mutti so einen Kresse-Igel geschenkt und seitdem war das so mein Einstieg. Ja, Sprossen-Wildkräuter definitiv. Immer empfehlenswert. Also es ist tatsächlich... Und wenn ihr irgendwie Angst habt oder irgendwas, schaut einfach bei chronometer.com, also chronometer.com und da könnt ihr einfach alle Nährstoffe mal einhacken und das ist die größte Datenbank, die es gibt. Das ist auch eine sehr gute, finde ich. Und ihr könnt auch selber die Werte, also ihr könnt selber Sachen einpflegen, wo ihr was rausgefunden habt, was nicht in der Datenbank steht. Ihr könnt die Spiegel, was ihr denkt, was angemessener ist, euren Tagesbedarf, könnt ihr genauer für euch bestimmen, weil der Tagesbedarf, den wir jetzt vorgesetzt bekommen von der DGE, das für den Standardmenschen haben. Es gibt Menschen, die haben Stoffwechselstörungen, die brauchen z.B. mehr Eisen oder Frauen brauchen tendenziell auch mehr Eisen, weil sie einfach die Regelblutung haben. Solche Dinge könnt ihr da einfach persönlich mit einpflegen und das ist ein Leben lang erhalten, das ist kostenlos, geht auf eine Goldvariante, braucht kein Mensch, aber ihr könnt damit das halt unterstützen. Wie ihr das auch immer möchtet, aber da könnt ihr selber auch einfach schauen. Auf jeden Fall vegane Ernährung und Mangelernährung und das Gleichzersetzen ist wirklich kompletter Unsinn. Und man muss dann auch sagen, woher kommt dieses Gerücht, kann man einfach sagen aus vielen Dingen. Es ist der Lobbyismus. Es ist einfach der Lobbyismus teilweise. Lobbyismus, genau. Einfach unsere aktuelle Ernährung wird ja von den Firmen auch ein bisschen gesteuert, die diese Ernährung zur Verfügung stellen. Und das sind eben nicht die Bauern, sondern das sind halt dann eher die Menschen, die das in den Laden bringen. Das heißt Lebensmittelketten und dann halt entsprechende Herstellerfirmen. Und da wird die Infrastruktur jetzt aufgebaut und diese Infrastruktur ist halt mit tierischen Lebensmitteln. Und deswegen sagt man Vorsicht Mangelernährung, kauft unseren Shit, damit ihr dann nicht mangelernährt werdet. Und man hat sogar gesagt, Rauchen sei gesundheitsfördernd damals, wo es rausgekommen ist, weil irgendwas getestet wurde. Das ist halt der eine Punkt, dass halt eben die Menschen, also die die das herstellen, euch sagen Vorsicht Mangelernährung. Und zum anderen ist der Punkt, wir sind immer, wo wir gerade leben ist eine Komfortzone. Und alles was neu ist, das stellt irgendwo eine Gefahr dar. Und wir sind immer bestrebt danach Gefahren zu vermeiden. Das ist das Wichtige. Das ist auch in der Ökonomie hat man das auch betrachtet. Man möchte lieber Verluste vermeiden als Gewinne einfahren, also Chancen nehmen. Und deswegen ist man eher reserviert, wenn es eine neue Ernährung ist und Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und das was ganz natürlich ist, das ist evolutionär so angelegt, ist auch keine schlechte Sache. Genau, aber daher rührt das, dass man dann sagt, okay, ja. Aber umso schöner ist das eigentlich, dass man so sensibilisiert wird auf diese Ernährstoffe, weil man dann erkennt und sicher sein kann, hey, ich ernähre mich jetzt gesund. Genau. Und ja, von der Seite her denke ich, dass wir, oder hast du noch irgendwie was, wo du sagst, hey, vegane Mangelernährung, das würde ich gerne noch sagen oder das würde ich irgendwo aufs Volk bringen? Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, seitdem ich mich vegan ernähre, ich esse vielfältiger als vorher in meiner mischköstlichen Zeit. Weil, was hast du da als Standard, ne? Also die klassische thüringische Küche, also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive als Thüringer sprechen. Da gab es immer Sättigungsbeilage, Gemüse und irgendwie Fleisch. Bei uns relativ, egal in Thüringen oder nicht. Und noch eine fette Soße dazu, ne? Das war ja das nächste noch Soßenbinder aus der Tüte, kriegst du in jedem guten thüringischen Restaurant, gut in Anführungszeichen, ne? War nie mein Essen und glücklicherweise bei uns war es dann doch eher so, dass der Gemüseanteil überwogen hat, weil wir es auch einfach kostenlos zur Verfügung hatten, aber ich kenne es vom Nachbarn, in den meisten Haushalten ist es tatsächlich so, Gemüse, wenn überhaupt, ja, Fleisch ist mein Gemüse, ne? Und das ist auch letzten Endes extrem einseitig, weil wir brauchen nicht über Nährstoffe im Fleisch zu reden. Und vor allem Nährstoffe im Fleisch ist das eine, da kann man ein paar Sachen ableiten, aber halt eben diese negativen Effekte. Man fokussiert halt eben nur auf dieses dann und dann, naja. Zum Glück hatte man ja immer noch die Kartoffeln dabei, häufiger mal, und hat dadurch, weil es ja wirklich viel noch war, ein paar Sachen, auch Kalium zum Beispiel, sehr wichtig, gerade wenn man so salzreich sich ernährt, Natrium-Kaliumpumpe, ja, das ist, genau. Deswegen sterben wir auch nicht rein, weil sie weg, nur weil wir Fleisch essen und weil wir diesen typischen Dreiklang essen, aber die Zivilisationskrankheiten in unserer Zeit, früher war Fleisch eher ein Luxus, heutzutage ist es Standard, und entsprechend verhält sich das Leben und mit unserer Gesundheit. Trotz moderner Medizin, die teilweise, ja, nicht schlecht ist, also früher ist jemand an einem Bruch sofort gestorben oder konnte nichts machen und mittlerweile ist es ganz gut. Und allerdings, halt das habe ich ja Schattenseiten, da ist vielleicht, weiß ich nicht, auf deinem Kanal, als Apothekerin, Medizin, nimmst du das dann so ran, trauchst du dich in dieses Thema rein? Auf jeden Fall, also ich, ja, ich bin zwar Apothekerin, aber ich sage immer, ich arbeite als holistische Ökopharmazeutin, weil Apothekerin, so im klassischen Sinn, ich hatte ja auch mal eine eigene Apotheke, ich war ja mal selbstständig, erzwungenermaßen, das war ein Familienbetrieb, den ich übernehmen musste, ist aber eine andere Geschichte, habe ich auf jeden Fall jetzt gecancelt. Ich muss sagen, ich habe mich immer als Marionette der Pharmaindustrie gesehen, weil ich wollte eigentlich mit der Apotheke dazu beitragen, dass die Leute gesund werden. Und letzten Endes habe ich aber festgestellt, das war das genaue Gegenteil der Fall. Das klingt sehr interessant, er hat auch einen eigenen Videokanal, vielleicht konnte man mal Insights aus der Pharmaindustrie, und wenn man den Verschwörungstheorien daran glaubt, sind das dann Videos, die dann nur ein paar Tage online sind, wo sie gestört wird und dein Kopf abgestellt wird. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, mal sehen. Ok, ja, dann denke ich, verabschieden wir uns und wenn noch Fragen sind, oder wenn ihr zum Thema Mangelernährung, Vegan, eure eigenen Erfahrungen präsentieren wollt, dann unten in der Kommentarfunktion. Und am letzten, was ich noch anbieten kann, ich habe auf meiner Homepage zu relativ vielen Nährstoffen, fast eigentlich zu den gesamten jeweils ein Essay publiziert und da schreibe ich auch ganz... Verlinke ich auch unten. Und da gehe ich ganz detailliert drauf ein, welche Funktionen erfüllt der Nährstoff im Körper, was sind die Symptome bei Mangel, was sind aber auch die Symptome, die bei Überdosierung auftreten können. Auch sehr wichtig, ja. Und wie kann ich den Nährstoff decken, sowohl pflanzlich als auch mischköstlich? Also in welcher Zusammensetzung ist der in welchen tierischen Produkten und in welchen pflanzlichen Produkten? Ok. Da habe ich so die wichtigsten Nährstoffe, also die Makronährstoffe, die Mikronährstoffe, sprich die Elektrolyten zusammengepasst, auch alle Spurenelemente, Mengenelemente, also sowas wie Selen, Eisen, Calcium, die Klassiker sind alle mit dabei, aber auch so unbekanntere, wie zum Beispiel jetzt Kupfer, Mangan, Molybden, was vielleicht noch nicht so standardmäßig gehört hat. Ok. Die Vitamine, ja. Da würde ich vielleicht so als Grund, also wenn ich das Überdosierung angehe, was ich auch sehr wichtig finde, zu euch mal aus meiner Sicht, widerspreche, wenn du das anders siehst, aus meiner Sicht sagen, ist es fettlöslich, vorsichtig mit Überdosierung, ist es wasserlöslich, haut rein. Ja, kann man so grob, würde ich dem zustimmen. Also klar, es gibt da auch so Diskrepanz. Ja. Aber definitiv hast du recht. Gut, dann tschüss. Macht's gut, tschüss. 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 Tim Morgan